Ihre nächsten Anschlüsse ICE F58 nach Hamburg-Altona über Hamburg-Hauptbahnhof, Abfahrt 15.36 Uhr von Gleis A, direkt gegenüber IC 2440 nach Köln-Hauptbahnhof über Dortmund, Abfahrt 15.40 Uhr von Gleis L und ICE 549 nach Berlin. Wir sollten wollen über Berlin-Hauptbahnhof, Abfahrt 15.31 Uhr, heute ca. 15 Minuten später, heute von Gleis C.